Immer noch steht sie, die magische Zahl, die 22,8. Olympia-Norm über die 200 Meter, die Herausforderung, um dabei zu sein beim weltweit größten Sportereignis. Olympia, der Traum jedes Athleten, auch der Traum von Deutschlands Sprint-Spezialistin Jessica Bianca Vesoli. Zum einen meinen deutschen Meistertitel im Freien zu verteidigen und mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ich würde da gerne über 200 Meter an den Start gehen und dann auch bis ins Halbfinale kommen. Und dann wäre ich gerne im Staffelpool dabei, über viermal 100 Meter. Leipzig, Braunschweig, trotz Corona ja zweimal deutscher Meister, zweimal Deutschlands Beste, in der Halle und draußen. Ihre Leistung, für ihn keine Überraschung, Michael Manke-Reimers, Jessicas Trainer und Mentor. Sie weiß, was sie will. Das ist extrem wichtig in dieser Sportart, weil sie auch manchmal sehr schmerzhaft sein kann, was das Training angeht. Und da muss man sich schon stark zusammennehmen, um die Ziele entsprechend zu erreichen. Und das kann sie. Der Mensch Vesoli, er zurückhaltend, kontrolliert, überlegt. Im Mittelpunkt zu stehen, nicht so ihr Ding. Dabei hat sie durchaus das Potenzial, olympische Luft zu schnuppern, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Nach der Absage von Olympia und der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Dann ein Lichtblick. Die deutschen Meisterschaften im Freien. Jetzt der nächste Rückschlag. Absage der 200-Meter-Sprints in der Halle für dieses Jahr. Heutzutage muss man jede Woche neu planen. Das macht uns ein bisschen schwierig, weil wir auch keine zuverlässigen Facts haben. Außer, dass es heißt, 2021 sind die olympischen Spiele. Wir hoffen, dass sie so sind und darauf ist alles ausgerichtet. Trotzdem müssen wir von Woche zu Woche neu planen, weil uns ganz einfach unsere festen Daten fehlen von den entsprechenden Wettkämpfen. Plan B also. Trainingslager in Südafrika. Aufgrund mangelnder Qualifizierungsmöglichkeiten in Deutschland dort Wettkämpfe austragen, Punkte sammeln, sich auch so für Olympia qualifizieren. Antwort des Verbands nicht genehmigt. Finde ich sehr schade, weil zum einen nimmt man uns in der Halle die Chance, die 2 Meter zu laufen und Punkte zu sammeln. Jetzt nimmt man uns noch die Chance, ins Trainingslager zu fliegen und dort bei Wettkämpfen Punkte zu sammeln. Und da fühle ich mich gerade so ein bisschen alleingelassen. Was bleibt also? Das Ziel Olympia. Die magische Zahl voller Fokus auf 22,8 Sekunden.